Mittwoch, 16 Uhr, irgendwo in Köln. Zwei junge Unternehmer sind auf dem Weg zu ihrer zukünftigen Arbeitsstätte. Ach, da seid ihr ja schon. Pass auf. Und zwar folgendes, die Welt ist im Wandel, alles wird immer größer und toller. Und auch wir müssen größer und toller werden, zumindest nicht wir selbst als Person. Wir wachsen nicht mehr. Wir sind ja schon toller. Ich wachse immer noch. Aber was wir jetzt vorhaben, wir wollen in ein größeres Studio. Dazu haben wir erstmal alle Sachen natürlich zusammengepackt. Den ganzen Krempel aus dem bisherigen Live-Studio, den haben wir hier quasi zusammen gewürfelt, kann man sagen, in unserem kleinen Umzugskarton. Das ist von so einem Reiseunternehmen und da haben wir einfach alles drin. Hier ist auch irgendwo, der Manuel muss hier auch noch irgendwo sein, der Herr Rumpel. Ich weiß gar nicht wo, aber die Kabel... Viel haben sie sich vorgenommen und noch mehr Geld haben sie investiert. Das Gebäude wird insgesamt 25 Kilometer hoch werden, deswegen haben wir Spezialkern hier liefern lassen. Der Preis war recht günstig noch für 18 Millionen Quadratmeter. Ich glaube, was waren das? 4 Milliarden haben wir ausgegeben, irgendwie sowas um den Dreh. Nichts ist zu teuer, echtes Mahagoni, wie man auch sieht. Zwei Tage haben Gronkh und Sarraza noch, um ihr Jahrhundertprojekt abzuschließen. Und unsere Regie haben wir schon eingebaut. Das ist die Regie-Technik, die wir über die wir uns verfügen. Das ist direkt aus Asien, wenn man das importieren lässt. Oh, erwischt! Ja, man packt auch selber mal gerne mit an. Man ist ein Mann des Volkes, da muss jeder mal ran. Ne Sarraza? Ja, genau so ist das. Also, ich pack auch gerne mal mit an. Das reicht. 18.000 sind es, glaube ich. 18.000 Bauarbeiter sind das, die wir im Moment hier im Einsatz haben. Und die alle Smoothie, viele Vitamine, Vitamine, Vitamin Z. Man merkt ihnen den Stolz an, wenn sie durch die noch unfertigen Hallen ihres neuen Studios laufen. Auf jeden Fall wird es auch richtig geile Drinks geben aus diesem Trögen hier. Natürlich kein Beton, so wahnsinnig sind wir nicht. Tequila pur. Mit Strohhalmen wird geil. Entspannung, Kraft und Selbsterkenntnis habe ich alles in der Hose. Kurz hier im Hintergrund sieht man schon, da sieht man die Monitore für unsere Videowände, die gigantischen, die wir dann auch im Studio haben werden. Hinter uns sind da lauter Videowände und so weiter. Eine Million Quadratmeter Videowand. Und wir planen dann Holodeck, aber das natürlich später. Das wird eine kleine Überraschung, noch nicht verraten. Ich hoffe, die schaffen es. Die haben jetzt fünf Wochen Bauzeit nur gehabt für das ganze Studio. Für das ganze Gebäude. Sie meinten, es wäre kein Problem mit den heutigen Mitteln. 18 Millionen Quadratmeter sind da eigentlich schnell geschafft. Du sollst nochmal anrufen, habe ich gehört. Ich rufe da gleich mal an. Ich wollte ganz kurz sagen, kleiner Funfact. Hier das Grüne, was man hier sieht, ne? Das sind Netzstrümpfe von Rumpels Oma. Ja, hier wird fleißig gearbeitet auf jeden Fall. Ich hoffe, die sind es schaffen das bis Freitag. Ist gerade ein bisschen unsicher. War ein bisschen Unsicherheit hier vor. Doch plötzlich kippt die euphorische Stimmung um. Mit einem Mal liegen die Nerven der beiden blank. Bis Freitag, 18 Uhr. Das war vereinbart. Wie, packen wir es jetzt nicht? Nee. Scheiße. Da werde ich jetzt mal erzählen. Freitag, 18 Uhr war das letzte Ding, was wir vor Einwand hatten. Ich hab das schriftlich. Guckt euch das an, wie es hier aussieht. Das ist die ganze Zeit immer derselbe Scheiße, weißt du? Du machst, du machst, du machst, du Ackers. Weißt du, wir nehmen auf, wir machen die Videos, die sagen, hier, Freitag ist fertig. Alter, das willst du? Ja, willst du mir erzählen, dass wir keine Steine... Wir sind überall Scheißsteine, weißt du? Und der erzählt... Der erzielt mir, dass wir keine Steine haben. Zum simpsten Fensterschein. Achtung, da will jemand durch. Werden sie es schaffen, das Studio noch rechtzeitig fertig zu stellen? Oder wird der nächste Freitag in einer Katastrophe enden? Das und mehr am Freitag um 18 Uhr auf MyVideo. Ich krieg die Zornrosette, wenn ich das so nicht reise. Die Zornrosette. Let's play together. Hier zocken die zwei Super-Homies eure Lieblingsspiele live. Ach ja. Klickt euch rein. Auf diesem Channel, selbe Stelle, selbe Wende. Jede Woche Freitag um 18 Uhr. MyVideo.de